Hey ihr Menschen da draußen, willkommen zum Tag Nummer 2 vom Reisevlog. Wir chillen hier auf dem Bett. Ziemlich müde. Und ja, heute geht's nach Galpe. Eine andere Ortschaft in Spanien, wer hätte es gedacht. Und yo, das war jetzt so ein fabulous Move. Ihr werdet dann sehen, wie das da aussieht. Und yo, würde ich sagen, wir sehen uns dann da. I got a planet. I figured out. I ain't got it figured out. No sleep, fuck dreams, rather live them out. Just got me a whiskey bottle. I'll be drinking till tomorrow morning. And everybody on Monday night. Ain't nobody gonna kill my vibe. Can you feel it? I know you feel it. So, wir haben uns umentschieden. Wir sind jetzt nicht in Albir, sondern wir sind im Benidorm. Weil im Benidorm gab's, in Albir gab's einfach so no Parkplatz und so. Einfach richtig scheiße. Schlussendlich haben wir dann einen gefunden, so fast drei Kilometer vom Strand entfernt. Und, ähm, dann, ähm, ja, gingen wir an den Strand. War's erst mal richtig windig. So, so Frisur fortgewindet, ne? Dann siehst du, Leute hat das einfach so wie an einem Konzert, 70.000 Personen wahrscheinlich, oder? Und, ja, dann dachten wir so, ja komm, wir gehen halt, äh, nach Benidorm, an den Strand. Juckt uns nicht so groß. Und, äh, ja, waren jetzt ein bisschen im Wasser. Und gehen auch direkt so so richtig naturmäßig zum Burger King, uns mal ausgewogen zu ernähren. Alles klar, oder? Ja! Ja, nee! Das war's für heute. so meine freunde das war auch unser heutiger tag das war unser heutiger tag das war unser heutiger tag sag's einmal dreimal ne ich sag einmal dreimal das war unser heutiger tag klar klar yo beste amoderation wir hoffen natürlich euch hat der tag irgendwie ein bisschen gefallen oder so ja ne Junge auf jeden fall sehen wir uns morgen wieder und yo bis dahin bleibt geschmeidig wahrscheinlich oder yo haut rein bis morgen okay Oh.